Also, der nächste Song ist was sozialkritisches und er trifft gerade den Zeitgeist 1 zu 1 in die BZH und gerade die AfD hat ganz viel Stimmen gekriegt, viel zu viel Stimmen. Das ist schlecht und deswegen heißt das nächste Lied, macht doch mal die Augen auf. Beste Ansprache heute. Dankeschön. Auf geht's Leute! Kurze technische Probleme, keine Ahnung. Die Kabel können nicht mehr, wir können uns nur die billigen Kabel leisten, deswegen dauert es noch ein bisschen länger. Kurze technische Probleme, keine Ahnung. Kurze technische Probleme, keine Ahnung. Ja klar ist es einfach, geradeaus zu gehen, ohne Konflikte den einfachen Weg zu wehen. Du sprichst mit dem Strom, ohne nachzudenken, schaltest dein Hirn aus, riss dich von fremden Lenken. Du bist nur einer von dir und denkst nicht drüber nach, wie's besser laufen könnte, ohne was du falsch machst. So verziehen jeder Tag im Leben, es ist das alte Spiel. Zum Leben ist zu wenig und zum Sterben ist zu viel. Mach doch mal die Augen auf, denk mal drüber nach. Wie soll es weitergehen, wenn du so weit hermannst? Wenn du steuern, greifst du schleifern, sie zieht dein Alter drauf. Wenn du jetzt nicht aufhörst, dann brichst du die Wahl raus, die Wahl raus. Du wolltest immer anders sein, hattest bunte Haare. Am Wochenende, aufs Konzert, das war ja keine Frage. Nicht gebunden, ein freier Mann, das war deine Devise. Doch es kam alles anders, wenn du fandest die große Liebe. Die Augen, die Augen, die Augen, denk mal drüber nach. Wie soll es weitergehen, wenn du so weit hermannst? Wer gesteuert, greifst du schleifern, sie zieht dein Alter raus. Wenn du jetzt nicht aufhörst, dann brichst du die Wahl raus, die Wahl raus. Die Wahl raus! Da hab ich schon'n Freitstoff.